Hallihallo und guten Morgen! Wie ihr seht, ich bin gerade eben erst aufgestanden und wollte ich nur noch mal schnell daran erinnern, dass in ungefähr 3 Stunden für mich jetzt der 24 Stunden Livestream losgeht. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und sonst, jo, Leute, das war's auch schon. Wurde es nochmal erwähnt haben, im Fall, dass jemand noch nicht weiß, wer dabei sein würde. Also nicht, wie der Münster herkommt, so wie, ey, ich wäre hier dabei gewesen. Ne, 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 nicht mit mir. So.